Es gibt keinen Grund für andere Sachen, die gerade stellen, aber fest ist, dass man nicht total eng ist, wenn man für die Leute keine Amtsräume haben, um die Hände zu hören. Und dass das vielleicht auch mal ein Lebensansatz wäre, so zu leben, dass man die Wahlfragen gehört. Der große Seite, Wolf. Der große Seite, Wolf. Vielen Dank, Sebastian. Das war ganz gut. Und alles gut für den Film. Alles gut. So. Und jetzt nochmal wieder unser Thema bei der Nachrichtenlage. Die kleinen Freunden, die wir gerade angesprochen haben. Was sind denn Ihre, unsere Kollegin Keter Stetter, in der Antworten? Paffen und Frieden auf der einen Seite und Lebensfreude auf der anderen zu haben. Zugegeben, über meinen heutigen Freunden bin ich ganz schön aufgeregt. Doch spätestens, wenn ich Anrufszeit höre, bin ich mir sicher. Lachen kann aber auch nicht falsch sein. Die aktuelle Nachrichtenlage hat es ganz schön für den Film, um zu ernst zu sein. Statt in Sport ist auch immer ernst zu schlecht drauf. Den von ihm mit dem ich gehe. Und deswegen ist die Frage jetzt so wichtig, dass wir uns auch noch schön Dinge im Alter konzentrieren. Dinge, die uns abdecken, um diesen kleinen Verletzungen zu bringen. Genau nach diesem kleinen Alter. Ja, das ist schon ein paar Dinge. Das war heute, was man am Alter gerade hat. Hat man gemerkt, wie wirkoll der Krieg ist? Oder dass man seine Freunde und Familie nicht sieht? Ja, da hat man ein Krieg gesehen, dass man sagt, dass man wirklich sehr vereint hat. Wir sind davon glücklich, dass das Leben heute machen wird. Und dafür in eine sichere Welt gehen wollen. Und hier ist nur um das zu schätzen, was man muss haben. Ja, das ist wirklich toll, ja. Das kann man so haben. Das fehlt mir auch zu helfen. Ja, das hat man schon heute. Genau. Also ich habe gerade noch eine Nachricht gekriegt, dass wir Kinder weg noch brauchen. Da werden wir, glaube ich, auch noch einen vorbeifregen. Ich bin wirklich beeindruckt davon, bewusst und dennoch positiv zu Menschen zu verletmen. Viele erzählen mir außerdem, dass sie aktuell einen ganz anderen Rückgang in den Eingang haben. Natürlich die Zeitungen ausführlich, aber ich bin wirklich dauernd, ob sie etwas für neue Bildung kommen. Weil ich das nicht gut erfahren. Weil ich für einen Moment völlig anspende. Dann sind wir hier in Feuerkraft zu taten. Und dann dann habe ich den Pfiff. Das ist ja schon so. Das ist ja so. Das ist ja so. Das muss man geschafft. Ja, das war ja so. Das war ja so. Ja, das war ja so. Ja, das war ja so. Ich wollte meine Erfälle auch mal machen. Ich fange an zu modeln. Aber das war ja so. Ja, das war ja so. Ob wir in der Vergangenheit der Welt gespielt haben. Ja, das war ja so. Ja, das war ja so. Ja, ich habe ja so. Nein. Das sind ja so. Ja, ich habe ja so. Das war ja so. Ja. Das war ja so. Ja der Ahnung. Ja, sie hat ja so. Ja, sie hat ja so eine schöne Ciao. Ja, ich bin auch toll. Ja, ich bin auch toll. 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 Ich bin auch toll.